ARRRR! Herzlich Willkommen bei einer neuen Runde in Rocket League. Ihr seht, ich hab schon ein total geiles Piratenauto zusammengebaut. Ich hab nämlich eine Piratenflagge, Piratenhut und ein Piratenspray-Painting. Was, wie sieht's bei euch aus? Wie sehen bei euch die Autos aus in dieser Runde? Meins ist eher wieder auf Tech, aber ich bin mit dem Roadhog wieder unterwegs. Die Autos machen ja übrigens gar keine Unterschiede, wie wir gelernt haben, also das ist alles nur Optik, ne? Genau, vielen Dank an die Community an dieser Stelle. Ja, muss man echt mal sagen, ey, für die ganzen Tipps, wir können die jetzt auch wieder wahrnehmen, denn es ist eine neue Session, ne? Und der Benni ist auch am Start, ne, der Benni? Genau, Hallöchen, und ich bin mit dem Merc am Start. Ich nehm mal den Van und versuche damit ein bisschen das Tor sauber zu halten. Oh, das ist gut, weil den hab ich auch schon gespielt. Ich hab ein bisschen trainiert, der Benni hat auch ein bisschen trainiert. Wir sind beide schon auf Semi-Profi und der Saratzer ist weit hinten abgeschlagen. Ja, ich hab nicht trainiert natürlich, aber dafür hab ich mich um ne neue Aufnahmetechnik bemüht, der der Rumpel auch benutzt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob die Quali irgendwie besser geworden ist. Ich hab's noch nicht hinbekommen, das jetzt mit der Facecam zu verknüpfen, deswegen gibt's jetzt die nächsten Folgen halt mal keine Facecam. Die hab ich ja eh meistens während den Spielen rausgeschnitten. Aber, äh, Saratzers Fresse gibt's dann bald wieder irgendwann da oben, aber schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr's findet. Auf jeden Fall sind die Dateien viel größer und dementsprechend sollte die Quali eigentlich auch besser sein. Aber ich weiß halt nicht, ob das, äh, auch wirklich stimmt. Oder ob das alles Humbug ist, ne? So, hier die Outdoor ist nochmal ganz kurz gezeigt. Ich hab alle freigespielt mittlerweile, auch wenn ich ein Noobie bin. Und die Jungs die ganze Zeit heimlich neben der Aufnahme trainiert haben, weißt du? Damit die jetzt wieder gut dastehen. Oh, es wird schon beigetreten, Leute. Ich hab schon mal angefangen, die Match zu suchen. Das ging jetzt ein bisschen flott. Boah, okay. Sorry. Ey, ich kann die Steuerung gar nicht mehr. So, äh, das sind schon gute Voraussetzungen auf jeden Fall. Und jetzt hab ich irgendeine Kamera, weißt du? Ist schon mal gut. Es geht los. Und ja, ich hab's gecheckt, dass der Boost einsetzbar ist, aber den muss man ja auch nicht immer nehmen. Oh, der hat geboostet, der Sack. Wer fliegt denn da? Alter. So, und man muss vor allem immer schön abwarten. Juhu. Oh ja, die Jungs haben sich da selber verdattelt. Komm, Robbe, du bist ja jetzt Profi, oder? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah nein, ich hab ihn zurück. Gar nicht sehr gut. Schnell zurück. Boah, Alter. Man kann auch echt gut auf die Gegner einfach gehen und die raushauen, ne? Übrigens, also nicht vergessen. Übrigens noch ganz kurz nur zur Ansage. Wir haben natürlich jetzt nicht das Team in der Revanche, was wir bei der letzten Folge eigentlich haben wollten, denn wir sind in einer neuen Aufnahme-Session. Alter, ich kann gar nichts mehr. Ich muss mich erst wieder voll dran gewöhnen. Das macht ja nichts. Das geht schnell. Das geht sehr schnell. Ja. Das dauert irgendwie so ein paar, eine Minute. Spätestens wenn der Gegner das erste Tor geschossen hat, dann... Ja, Pfeilrückzieher überholt. Und Benni, oh, eure letzte Sekunde. Oh, jetzt verkauft das erste Tor! Was? Ein Konter? Jawoll! Sehr schön. Was für ein schönes Tor. Ja, wir spielen natürlich auch wieder online. Guck mal, wie ich dich angast gesehen, wie ich dich angebostet hab von hinten. Nice! Das war der Double Spacer, Alter. Super cooles Ding war das auf jeden Fall. Ja. Siehst du, da bist du wieder zurück, Sarazza. In der Haus. Nee, das dauert noch. Gib mir noch 5 Minuten. Nein, erstes Spiel müssen wir gerade erst mal wieder rein. Ich hab jetzt wieder eine Woche nicht gezockt, weil wir hatten ja nur eine Session gemacht eigentlich. Achtung, Achtung! Außer die Jungs, die haben halt vielleicht weiter gespielt. Hau rein, Rompi! Oh nein! Oh, dammit. Nein! Da hätt ich den ja nicht kriegen müssen, einfach. Moin! So. Ich hab den Dings geändert, meinen Speeder, weil viele gesagt haben, nimm nicht diesen India Music Speeder. Oh nein! Super Ding! Sauber Benny! Sauber Benny! Raus damit! Raus damit! Und weg damit! Okay. Jawoll! Gut gemacht! So. Also, wir müssen ein bisschen mehr im Team spielen, hatte man uns auch geschrieben. Den schenke ich weg, ich hab den weggeboostet. Komm Rumpel, hau rein! Nein! Oh, schade! Mittelfeld Pass, aber... Oh! Der ist noch drin! Der holst du dir! Hier, guck mal, seitlich gemacht! Habt ihr's gesehen oder was? Ja, der ist immer noch im Spiel. Jetzt muss er nur noch reingehen. Ja! Gut! Mittelfeld Pass! Den hauste! Nein! Knapp vorbei! Oh, da kommen sie! Und der Benny ist fleißig hinten, ey! Ja, und es gab ja auch viele Namensvorschläge, wie wir unser Team nennen sollen, ne? Da war ja einiges dabei, erzählen wir gleich in der Pause ein bisschen was drüber, weil jetzt müssen wir uns, glaub ich, konzentrieren, hier auf das Match. Ja, genau. Ich hab mal ein paar rausgesucht, kann ich gleich mal vorlesen. Mittelfeld Pass und... Oh nein! Der hat mich, äh... Oben drüber, hat nur mich gelupft. Scheiße! Da war ich ganz schlecht am Start. So, der Benny ist... Benny, der ist super souverän. ... ein super Defensivspieler. Oh, schade! Oh! So, und immer schön mal auch auf die, auf die Gegner einfach drauf gehen. Dann kann man die nämlich schön aus dem Konzept bringen. Das hab ich auch gemerkt. So, da guckt euch diesen Pass an! Der fliegt doch rein! Sarazar kriegst du! Ja! Ja! Vorlage von Rumpel und Sarazar macht das Ding! Ey, wunderbar! Da hab ich nochmal Vollgas gegeben mit allen Mitteln. Und den Gunner Ray hier 19 überholt. Und dann hat er überrascht geguckt nach links. Alter! Was ist da los? Sehr schöner Start. Geht ja ganz locker flockig los hier. Aber, aber, ganz ehrlich, wie gesagt, ich muss echt noch ein bisschen reinkommen. Mal wieder. Ich hab das Spiel ja nie gekonnt. Ja, Flanke! Oh, die haben mich weggecheckt! Ich komme! Den holen wir uns, Rumpel! Hau rein, komm! Oh, das war ein bisschen blöd, dass er dabei ist. Da musste ich leider aggressiver draufgehen und konnte den nicht mehr so leicht reinlupfen nur. Ey, da drängt mich einer ab, hast du das gesehen? Ja, das heißt, das muss man manchmal machen. Vorsicht, Benni! Da muss ich mal einen Rift anwenden. Benni ist der beste Keeper der Welt einfach. Boah! Ey, Manuel Neuer kann einfach einpacken, wenn man den Benni sieht. Auf jeden! Ist das etwa Manuel Neuer oder doch Benni? Was? Ich hab kurz... Sata, der ist bei dir der Ball? Ja, ich seh's. Ich hab den weggenockt, den Typen. Der wird den so schnell nicht mehr holen. Leider den Ball verpasst. Okay, das geht. Oh, ich muss Rückpass runter. Schön, schön! Das war ja wohl großartig! Doppelfast, Alter! Schön hin und her gespielt! Holst du dir! Die haben den alle verpasst, aber ich steh hier! Ne, die machen das selber! Die machen das Tor selber! Wir brauchen gar nichts mehr machen! Nein! Jetzt war's! Nein! Falsche Seite! Ne, ich hab zwei... War ja schlecht. Jetzt kommen sie wieder! Ne! Neun! Den holen wir uns! Hier, Rumpel, komm! Ja! Nein! Was für ein Dribbling, Alter! Ja, komm! Aber hier, das ist ja schon bei einer hier. Das ist ja bei einer schon ein Olympianiveau. Ja, alle springen vorbei. Und wer freut sich? Der Sarazar! Jawoll! Du machst einen Mittelpass? Ah, ich hab's nicht hinbekommen. Ich wollte so einen Sturzangriff machen, weißt du? Achtung, der kommt! Der kommt! Der kommt und... Nein, vorbei! Fuck! Noch eine Minute! Okay, Benni, da kommen sie! Alter, wir haben Sonntagabend. Jetzt fangen die hier an zu bohren irgendwo bei mir in der Nachbarschaft. Was ist denn da los? Ich hör aber nix. Ich hör aber nix. Es scheint auch okay zu sein, Sarge-Truppe. Jawoll! Oh, der war gar nicht so cool von mir. Aber den Benni hatte easy. Benni, 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 Benni! Was machst du denn? Wo machst du denn? Oh nein! Alter, der Benni, was hat der gemacht? Hast du eine Zeitung gelesen oder was? Ja, aber ich weiß auch nicht. Und der kam so langsam... Was war denn da los? Ja, deshalb musst du immer diese Ballkamera anhaben. Die ist total wichtig, grad wenn du ein Tor spielst. Alter, der Benni, ey, was war das denn hier? Okay, volle Power, voller Speed! Bam! Nee, nee, ich hatte nen Lag gerade an der Stelle. Ja, ja, du hast dann irgendwas gelaggt, ne? Oh nein! 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 Eine halbe Minute jetzt, Leute! Das kann nicht angehen! Ey, das ist so peinlich wieder. Und guck mal, ich fahr da auch noch so lang. Einmal vorbeigesprungen. Und probier noch gerade so zu, aber nein, er titscht drüber. Scheiße! Das war Pech, du. Okay, Freunde. Zieht drauf. Ich wart mal kurz hinten. Oh, Benni wartet noch hinten. Das ist nicht gut. Benni, der kommt. Oh, so hoch komm ich nicht. Oh, der war gefährlich. Aber Gott sei Dank ist der drüber geflogen, ey. Ja, ist auf der Seite ein Safe. Schön, Rumpi. Ich bin in der Mitte. Wobei man ja auch fliegen kann, ne? Mit dem Turbo. Ja. Ich hab mal das Training auch ein bisschen gemacht. Und da gibt's... Nein! Tor! 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 Oh바iz! Boah, oh no! Geil, geil, geil! Ich hab ihn verpasst und der Rummel hat er zum Glück noch bekommen. Guck dir an wie das fliegt. Guck dir an wie der fliegt. Guck dir an. Guck dir an. JoSi, da fliege ich so vorbei, aber dann der Rummel zum Glück. Yeets bons wir nur noch 50 sekunden ausharren. Ja, das schaffen wir doch. Ich bleib hinten jetzt auch drauf. Alles klar. ועaaa ремid. Toll scharfen,ounenja? Keine Insel zurück. Uuuup! Nein! Nein-neine-nein-nein! Poah! Boah, sehr schön! Alter, ich hab kein Herz mehr, das hat das Stimme nicht. Ja! Jawoll! War das knapp. Alter, ist mir wieder warm geworden. Alter, Alter, Herzinfarkt. Wir waren so safe die ganze Zeit am Spielen und dann am Ende, wow, was war da los? Was war da los? Geil, aber schöner Einstieg in die neue Session, muss ich sagen. Wir geben denen natürlich eine Chance für eine Revanche, beziehungsweise uns eine Chance, noch einmal die Leute zu besiegen, oder? Ja, auf jeden Fall, da macht man eine Revanche. Hast du grad Entschuldigung geschrieben? Ich? Hä? Entschuldigung? Ja, du hast im Chat nichts oben stehen, Entschuldigung. Warum? Hä? Das war nicht extra. Ich hab überhaupt nichts eingegeben. Voll der Diss, voll der Diss hab ich. Entschuldigung, dass du hier gewonnen hast. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich hab ich irgendeine Taste aus dem Gamepad gedrückt oder so. Aber, aber, aber das, ich hab nix getippt, man hat's ja in der Aufnahme, hätte man's ja gesehen. Alter, jetzt müssen wir aber auch noch mal ganz kurz auf die Teamnamen eingehen. Ach, können wir wieder nicht, ne? Geht so schnell weiter, man, hier in dem Spiel. Es geht. Also ihr habt euch so geil beteiligt bei diesem Let's Play. Erstmal ganz vielen Dank dafür. Ihr habt alle mitgefiebert, deswegen haben wir gedacht, wir nehmen weiter auf, wir haben Bock auf das Spiel und das war jetzt das Einstandsmatch. Wir haben noch grad Zeit, weil es wird noch ein Spieler gesucht. Und ja, es gab so viele Kommentare dazu auf unsere ganzen Fragen. Und wir haben natürlich auch noch Teamnamen gefragt und haben ein bisschen recherchiert. Es gab lustiges. Slay Massive lag natürlich auch auf der Hand. Mugambe war auch da. Mugambe war auch am Start, waren viele Sachen genannt. Und der Benni hat auch ne ganze Liste sogar angefertigt, ja? Was da nicht alles gesagt wurde. Ganz richtig, ja. Aber jetzt bin ich hinter das Match in 3, 2, 1. Ich bleib hinten, ihr fahrt drauf. Ich bleib hinten, ihr fahrt drauf. Bams. Bams. Voll gecheckt, Alter. Super. Die haben mich weggenommen. Geile Scheiße ist das wieder. Ihr Teamplay. Ah, excellent. Super. Ah, der war... Der ist geil. Der kommt gut, der kommt gut. Uh, der geht rein. Den haben sie rausgenommen. Ja, Rumpel, Mann. Sehr schön. Jawoll. Easy. Ja, aber da war du. Easy. Wunderbarer Einstand hier. Abgewartet, abgewartet, gebremst, abgewartet und... Rinn damit. Und dann so ein schöner Salto vom Sargent Rumpel. Der das Ding wieder rein dollt. Okay, ich bleib hinten. So. Ich geh drauf. Ja, geh drauf. Schade. Die waren schneller. Boah, die haben mich voll gerannt. Das find ich unverschämt. Den hol ich mir. Den hol ich mir. Uhuhuhu. Versuch's. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Ah, der kommt, der kommt. Ah, ich krieg's manchmal echt nicht hier. Vorsicht, Benni. Wenn der so schwebt. Ich hab aber in den Kommentaren gelesen, dass man dann die Ballkamera ausschalten soll. Nee, ich find die super, die Ballkamera. Nee, aber wenn der so schwebt der Ball. Nein! Was machst du? Falsche Richtung. Ich wollte eigentlich ne Vorlage so ein bisschen geben, aber du warst schon viel näher dran, als ich's erwartet hätte. So, abgeblockt. Okay, der kommt. Hahaha. Schön. Ja, das ist fein säuberlich hier. Hier wird in der Mitposition gespielt. Hammer. Hammer. Oh, oh. Da kam Goofy um die Ecke. Oh. Ja, da krieg's aber easy. Schön, Benjamin. Raus ist er. Ah, der hat mich weggerammt, als ich gerade mir das Ding holen wollte. Wo umbieter haust du rein? Das Tor. Ja? Nein. Nein. Nein, schadete. Glanzparade von Goofy. In die Mitte, komm Robbe! Nein! Ich bin da nicht drin und ich hab keinen Turbo gerade. Scheiße. Fuck. Boah. Schönes Ding. Aber leider. Vorsicht, Benni. Die kommen. Ich sag jetzt immer mal Bescheid. Nee, nee, alles gut. Nicht, dass du wieder Zeitungen liest oder so. Ich hab keine Zeitung. Äh, nein. Benni, Benni, aktivier dich. Schön, Benni. Sehr schön. Hast du? Ach, Scheiße. Ah, fuck, da hab ich so. Da dachtest du hättest den schon. Ja, ich will den. Ah, super, super, super. Go weiter, weiter, weiter. Ich bin in die Mitte. Nein! Warte, die drehen sich alle... Ah nein, hättest du einfach rollen lassen sollen. Nee, den mach ich jetzt nicht. Ja! Schon seitlich? Nein, Rumpel. Das war auch nicht so clever. Aber egal. Hast du gut gemacht. Einsatz vom Feinsten. Achtung, Achtung, wir sind da weiter dran. Wir sind weiter dran. Wir sind weiter dran. Oh! Hab ich dich jetzt weggerammt? Ja. Das war nicht mein Ab... Nein! Und jetzt keine Power mehr. Jo, den holst du. Ah, jetzt hast du mich weggerammt. Oh Gott. Ah, sehr gut Benni, sehr gut. Oh, den hat er noch abgeblockt. Achtung, Rumpel. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Alles gut, alles gut. Oh! Oh! Guten Angriff hat er ge... Da waren wir nicht. Er kommt doch nochmal. Aber Sardin Rumpel ist zur Stelle. Boah. Schade. Boah, die haben uns weggerammt. Wie schnell das hin und her geht. Das ist echt der Hammer. Ja, das ist echt geil. Boah! Weggerammt! Alter! Da steht... Wie das sah aus, da gar nicht. Ja, geh nach vorne. Komm zurück. Okay, ich bin in der Mitte, ich bin... Ah... Ah, scheiße, da habe ich mich verdattelt. Boah, irgendwie kriegen wir gerade nur hin und her... Oh, da habe ich einen weggemacht. Das ist ganz gut. Oh, oh. Ich habe den weggerammt, ich habe den weggerammt. Alles gut. Nein! Vorbei. Kommt! Kommt! Nein! Sorry! Ja, ist egal. Alles gut. Boah! Das warst du! So, jetzt nochmal! Kommt! Nein! Fuck, habe ich verpasst. Benni! Nach vorne! War nicht meine besten Spielzüge. Ja, ja, ja. Ja! Habt ihr! Sehr gut. Boah, das ist ein ganz schön anstrengendes Match. Es sind ein paar neue auch dazugekommen. Es ist doch keine richtige Revanche. Ich glaube, ein neuer ist dabei, ja. Okay, jetzt aber. Komm Rumpel! Ja, 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 ja. Nein! Ey, die spielen richtig engagiert. Einfach wegkicken. Die gehen einfach wegkicken. Ja, jetzt habt ihr ihn doch. Oh, nein! Oh nein, die haben dich weggemacht. Ja, ja, genau. Leider. Ich dachte, ihr hättet einen von denen weggecheckt. Jetzt aber. Komm, der geht rein. Überbande. Nein! Boah, der ist super, Alter. Der hat ihn mit dem Arsch wieder rausgenockt. Ah, Benni! Vorsicht! Schön, Benjamin. Was für eine Glanzparade. Das war eine Glanzparade. Ey, das ist... So. Den kriegst du? Den kriegst du? Ich hau in die Mitte. Ich hau... Ah, nein. Die haben... Die haben... Die haben viel Nitro am Start. Äh, genau. Die sammeln das immer gut aus. Pam! Wir müssen das nur noch 30 Sekunden aushalten. Nein! Ja, oder noch ein Tor machen. Die lassen einem keine Zeit. Ich bin da, ich bin da. Sauber. Guter Ratter. Schön. Gleich haben wir's. Hau rein. Ist in der Mitte. Ja, ich versuch's. Nein! Mit dem Fall und zieh her vorbei. Ne, nix da. Sauber! Super! Ja, das war's. Jawoll, knapper Sieg, aber immerhin. Schön. Ja, schön. Etwas unspektakulärer, aber... Neue Räder hab ich freigeschaltet. So, ja. Schöne, schöne erste Runde, muss ich sagen. Und schöne, äh, sechste Folge. Ja, mit satten 40 Punkten hab ich ja richtig abgeräumt gerade in der zweiten Runde. Hab ich einfach... Obwohl, theoretisch hat man auch gute Aktionen gebracht, aber richtig beim zweiten Match haben wir es nicht richtig rumgekriegt. Genau. Es war gefährlich. Es war gefährlich. Ne, aber es gab auch viele Namenvorschläge. Ich glaube, wir gehen mal kurz zum Hauptmenü, um mal darüber zu reden, so ein bisschen, oder? Gerne, ja. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Ja, gerne. Ich möchte auch zum Hauptmenü zurückgehen. Ich kann schon mal anfangen vorzulesen. Ja, hau mal raus. Also, die Jules hat geschrieben, das Chaos-Team. Also, ist sehr naheliegend, würde ich sagen, ne? Aber es geht auch noch kreativer. Was? Find ich gar nicht, find ich gar nicht. Findest du gar nicht? Ne, find ich gar nicht. Ich finde, der Chaot und die zwei Profis oder so. Die zwei Semi-Profis, was hältst du davon? Der Chaot und die zwei Semi-Profis. Könnte ich mich auch mit abfinden. Also, Ben und ich sind die Semi-Profis. Und du bist der Chaot, ne? Ja, ja, ja. Guck mal links unten, was da steht. Wir sind jetzt voll arrogant geworden, nur weil die heimlich trainiert haben. Weißt du, der Rubbel hat eine ganze Saison gespielt, weißt du? Während ich denke, wir spielen nur, wenn wir auch zusammen spielen. Ja, wer hat das denn gesagt? Das hast du gesagt, als du geschlafen hast. Ja, das machen wir ja bei APs normal immer so. Aber hier gibt es ja keine Story, die du unabhängig weiterspielst oder so. Hier kannst du ja einfach zocken. Das ist echt ganz geil. Genau. So, was kam noch? Pass auf, wir gehen weiter. Von Superlooter der Vorschlag, die drei S. Das habe ich auch sehr oft gelesen. Also, Sargent Rumpel, Sarazar und Slay Massive nehme ich mal an. Ah. Dann haben wir noch von Magnus Christ Team Massive League. Vom GOMIX AFC Bärendreck. AFC steht für Auto-Fußball-Club. AFC Bärendreck finde ich eigentlich ganz nice. Von Danjolo das Team abgefahren. Helen Busch hat geschrieben, die unbesiegbaren Auto-Fußballer. Oh ja. Das sind wir definitiv. Freak Mac schreibt, Let's Rocket Player. Tobi Gamer finde ich sehr gut den Vorschlag. One-Hit-Wonder. Ja. One-Hit-Wonder ist geil. Oder hier, auch gut, von Cody Burrito, FC Kick daneben. Auch nicht schlecht. Boah, was? Das war ein Wiss. Ja, aber trotzdem. Berechtigt. Ich bin One-Hit-Wonder und abgefahren bisher am besten. Ja, das ist echt ganz geil. Also ihr habt ja auch Vorschläge. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, welche Vorschläge ihr am coolsten findet. Und eine der nächsten Session, einige wir uns dann gemeinsam, glaube ich, auf so einem Team haben. Hau mal nochmal, du hast noch mehr, ne? Sorry. Ich hab noch viel mehr, ja. Ja, cool. Von Kocher hab ich die drei von der Tanke. Ah, das stimmt. Das haben wir jetzt einmal gesehen. Das ist lustig, ne? Ich find ja die drei von der Flanke vielleicht gar nicht so schlecht. Die drei von der Flanke kann man auch machen. Die drei von der Flanke. Das ist geil. Ja. Hier, auch sehr geil. Von Merace. Äh, FC Abwrackprämie. Äh, oder hier. Ja, das waren immer 4.000 Euro, ja? Hä? Von Paul Heller. Was war das für ein Geräusch? Der Benni hat, glaube ich, gerade wieder seine TS-Probleme so ein bisschen. Ey, der Benni, weißt du, da kam das Lachen nicht ganz durch oder sowas gerade bei ihm. Und da hast du immer so... Oh, okay. Hä? 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 Okay, alles klar. Ich mach mal weiter. Phil Meeren schreibt, äh, Affen am Steuer. Och, ja. Ne? Nur weil wir ja alle Primaten sind? Hä? Clashing Tullgio schreibt, äh, Team Kainitro. Ah, weil ich nie mit mir, ne? Äh, scheinbar... Ja, wir haben das etwas vernachlässigt, ne? In den ersten Folgen. Ja, aber mittlerweile läuft's doch. Aber man darf das auch nicht übertreiben, oder? Ja, ich finde, das war jetzt ganz gut eigentlich, ja. Ja, war okay. Äh, dann haben wir auch ganz viel so zusammengesetzte Namen, äh, zum Beispiel vom René, der schreibt Benpelzar, oder, äh, Rumpelstilzin schreibt der Kevin. Ja, den kenn ich auch, so nenn ich den Rumpel ab und zu. Oh, was ich auch, was ich auch richtig gut finde, von, von Jofi, Vorschlag Inglorious Bastards. Ja, das würde auch passen. Ja, da ist wieder was Cooles dabei, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, es gibt auf jeden Fall echt viele Vorschläge. Oder hier, äh, schreibt jemand, der heißt, Epic Games nennt uns einfach nur die Barbos. Passt ja auch, ne? Ja, passt auch. Chabos wissen, wer der Barbos ist. Also ich, darf ich, ich, ich sag jetzt mal meine Favoriten. Das waren jetzt ein paar Ausschnitte. Genau, ich sag jetzt mal meine Favoriten mal. Team Abgefahren fand ich gut, ja, äh, One-Hit-Wonder fand ich gut und die drei von der Flanke fand ich auch gut. Die drei von der Flanke finde ich auch mega gut. Was sind deine Favoriten, Benny? Hm, ja, ich finde auch die beiden gut. Und Inglorious Bastards. Inglorious Bastards fand ich auch gut, ja. Ähm. Und Slay Massive. Abwrack Prämie war auch nicht schlecht. Team Abwrack Prämie ist eigentlich auch recht geil. Man kann nämlich auch eine Saison spielen, tatsächlich. Dann spielt man allerdings nicht online gegen irgendwelche Computer, äh, gegen Mitspieler, wie wir jetzt gerade, sondern halt gegen Computergegner. Aber das könnte ja vielleicht auch ganz cool sein. Ich weiß nicht. Schreib's doch auch mal in die Kommentare. Lasst uns wissen, wie ihr es findet. Und wir verabschieden uns für diese Folge. Und es geht dann direkt schon kurz weiter, wenn es wieder heißt Rocket League, liebe Freunde. Adios. Adios. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.